Aha, hat wieder jemand Hunger? Das schmeckt fein, das habt ihr am liebsten. Der hat ganz schön spitze Krallchen, komm wir gehen ein Stück nach draußen, muss keine Angst haben vor den Sparzen, mit dem bin ich noch nicht so grün geworden. Die dicke Fliege tut auch nichts, aha, kommt noch ein Bewerber. Keine Panik, hier bist du sicher. So. war die zwei die vorhin schon da waren oder seite wieder ach ihr seid zu viele da blickt mir natürlich ich sehe doch alle gleich aus meine güte was ihr und man schon gefressen habe klar ihr seid am wachsen und mal gucken ob ihr sitzen bleibt wie das bei den letzten war ich den arm bewege aha das geht auch ist ja wie ein ass der wackelt und an die stimme habt ihr euch auch schon gewöhnt der nächste kommt streit hier ist jetzt rekord tja mit fünf das wird eng ach das ist eine neue kamera und ich kann die nicht so bedienen das scheiß ding funktioniert noch nicht das waren kurzzeitig fünf schnell platzfrei geworden tja es gibt noch zwei bewerber nur die coolsten bleiben sitzen ne langsam wird er der arm schwer tja tja Heute Morgen ist schon ein Eichhörnchen hier spazieren gegangen. Ich habe Fernsehen geguckt. Das hat sich den Bauch voll gestoppt. Er ist ins Bett gehübt und ist hier spazieren gegangen. Aber Filmaufnahme nur eine Minute, weil dann das Handy abschaltet. Das war blöd. Das hat ihm hier Spaß gemacht irgendwie. Und zack auf der anderen Seite raus. Und das dauert jetzt noch ein paar Stunden und dann ist es wieder hier und strahlt sich mit den anderen. Der Kollege hat einen riesen Brocken mitgenommen. Ich glaube auf dem Ast sitzt er lieber. So, wollen wir den Klumpen mal einfach hinlegen? Ne, eigentlich nicht. So hast du viel mehr Ausblick. Komm, ich gehe mal ein Stückchen raus. Ich glaube, ich könnte jetzt durch die Wohnung laufen. Da würde die sitzen bleiben, solange es was zu fressen gibt. So, jetzt versuche ich mal das Bild größer zu machen. Ah, ganz schön schwierig. So, ich lege jetzt mal den Klumpen hin, okay? Wo wollen wir den denn haben? Hier am Futterschälchen oder unten? Komm, ich lege ihn hier hin. Da habt ihr noch was zu fressen, okay? Und tschüss. Vielen Dank.